Untertitelung des ZDF, 2020 und nach all dem erhielt er seinen Titel zurück als der einzig wahre Thor. Zu früh gefreut. Jane? Meine Ex-Freundin. Wie lange ist das? Drei, vier Jahre? Acht Jahre, sieben Monate und sechs Tage, zumgefähr. Spüre ich da etwa Gefühle? Erklar. Götter interessieren sich einzig und allein. Für sich selbst. Das ist mein Gelübde. Alle Götter werden sterben. Ich wollte sagen, das daheben war sehr, sehr beeindruckend. Er ist mein erster Böselicht. Ah, den ersten vergisst man nie. Du bist nicht wie die anderen Götter, die ich getötet habe. Du hast was, wofür sich der Kampf lohnt. Mal sehen, wer du bist. Was unter der Verkleidung steckt. Und schnipp... Oh, du hast zu stark geschnippt, verdammt! Sollen wir ihm helfen? Irgendwann schon, ja. Beintraube. Untertitelung des ZDF, 2020